Ja, hallo und willkommen zu der nächsten Folge, der bei Daylight würde ich mal sagen. Ja, diesmal ging es schnell hin. Ich hoffe, mal tontechnisch passt alles, ich kann mich ja noch ein bisschen lauter regeln. Und es sollte diesmal auch flüssig laufen, weil OBS schmackt bei mir rum. Ich habe ja vorher, wie ich immer Minecraft gezockt habe oder so, habe ich ja immer, also früher, bevor ich irgendwie 90 Abonnenten hatte, sondern halt jetzt einfach 10 Abonnenten hatte, habe ich immer Bandicam benutzt, das habe ich mir doch damals gekauft. Und habe es dann eigentlich, weil ich ja dann angefangen habe zu streamen, habe ich dann Bandicam vernachlässigt, weil Bandicam kannst du nicht streamen, leider. Und jetzt nehme ich mal mit Bandicam auf, mal wieder, noch, keine Ahnung, ein Jahr, zwei. Update hat es gegeben, also sieht anders aus, aber ja. So, ja, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Jetzt hat es gerade einen kleinen Cut gegeben, weil, und so, wegen, ähm, und so. Ähm, ja, würde ich mal sagen. Da ist eine Falle, da ist eine Falle. Geht bis hierhin, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich will diesmal nicht sterben, das ist ein Generator, gut. Ich hoffe mal, diesmal läuft es mit 60 FPS, mal Moment, ich kann ja mal, ja, 60 FPS, wenn es nicht mehr bewegt, aber okay. Boah, aber es läuft, yeah. OBS packt da total rum. Wenn ich bei OBS irgendwie sowas mache, dann rucke ich das mit 12, 11, 10 FPS. Und da nehme ich auf mit 60 FPS. Obwohl ich die Einstellungen fast gleich habe. So wie... Okay, ich bin weg. So. Habe ich gerade so... Och, Kacke. Habe ich den gerade so mal gesehen? Fangen jetzt echt nicht an. Da ist auch drauf. So. Hey, komisch, dass der nicht... Ach so, wahrscheinlich ist der ja weggelaufen, wie ich weggelaufen bin. Ich hoffe es mal. Besteht die bessere Chance zu überleben. Und dass ich dies nicht mal... Okay. Bedeut bist... Ach komm, das darf doch nicht wahr sein, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich? Ach komm. Mh, du... Mh, du... Alter. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, oder? Mann, ich habe zur Zeit immer so viel Pech in der bei Daylight. Zur Zeit ist echt das der Wahnsinn. Ich bin immer der Erste diesmal. Zur Zeit bin ich echt immer der Erste. Und ich hoffe mal, ich überliebe. Ich überliebe. Bidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib Auf ein weiteres Mal. Bisschen lag der. Ich weh mich doch. Ich weh mich doch. Hallo, ich mach doch. Ja, toll. Da ist ein Haken an der Sache. Ich weh. Schön schaffst du aus. Hallo? Ja. Also, man sieht es gerade, oder was? Ja. Ja. Wahrscheinlich ist der Rechner von ihm aufgehangen oder sonst irgendwas. Oh, schade, man kann gar nicht reinscheiden. So was habe ich aber auch noch nicht miterlebt, dass der Killer irgendwie abgeschmiert ist. Der muss sich jetzt sowas mit aufregen wahrscheinlich. Die kürzeste Runde ever. Und diesmal trete ich an der Lobby bei. Ähm, hier oben kann man es sehen. Die Blutspunkte, die wechsel ich mal ein, wenn ich 100.000 habe oder so. Dann, ähm, dann, ähm, ja. Und das heißt, es warten. Oder? Yes. Nice. Und dann würde ich sagen, gibt's schon wieder einen kleinen Cut. Jetzt gleich. Also, dann würde ich mal sagen, auf die nächste Runde. Weil die andere Runde ein bisschen kurz war. Ähm, ja. Und bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, diesmal bin ich nicht der Erste. Ich will nicht zurückgehen. Das gibt's doch nicht. Ich hab echt zur Zeit so viel Pech. In Dead by Daylight. Ich renne dahin, wo ich meine, naja, da könnte er ja mal nicht sein. Und was ist? Er ist natürlich da. Also, das gibt's doch gar nicht. Dann würde ich mal jetzt nicht sagen, ach, bei Roland. Ah. Nice. Boah. Bitte, 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 bitte. Danke. Mein Gott. Da regt man sich ein bisschen auf, weil man immer der Erste ist. Immer der Erste ist, wo irgendwie... Ja, na klar. Ja, ich weiß doch. Du mich auch. Ich renne ganz kurz mal dahin. Ganz kurz mal da rum. Ganz kurz mal dahin. So. 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 Das ist... Hä? Das ist echt so ein schlechter Killer? Naja. Naja. Ich glaub... Was? Hä? Alter, was? Der hat schon einen Generator. Also, bitte. Wir rennen jetzt genau zum Generator hin. Mir doch scheißegal. Ich will weg hier. Oh. Ich hasse es. So, hier. Hallo, Generator. Tschüss, Generator. Okay. Okay, das war nicht schlecht. Da. Die Ablosrunde. Fangen wir an. Die Ablosrunde. Fangen wir an. Die Ablosrunde. Fangen wir an. Hey, ist das echt so schlecht? Okay, würde ich... Ich will gar nicht mehr weitersagen. Ich will gar nicht mehr weitersagen. Ich will gar nicht mehr weitersagen. Och, komm. Hi. Ja, komm. Ich wollte mal wieder entkommen. Och, komm. Ernsthaft? Ich bin immer der, wo gekillt wird. Okay, schaffe ich eh nicht. Aber ich mag es bis zum letzten. Vielleicht kriege ich irgendwas. Thank you. Hört sich aber geil an. Muss man einfach sagen. Jetzt, jetzt, jetzt mal. Ich bin tot. Ich bin jetzt tot. Ach, komm. Das ist doch ihn haken. Das ist schon wieder haken. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Yay. Yay. Ähm. So, das hast du schuldig. Also ich schuldig. Also ich meine. Ist aber irgendwie egal. Der Battlelight muss man noch was sagen. Ach, da hinten bist du da. Hm, renne ich mal zu dir. Hi. Das ist irgendwie witzig. Komm, ich auch nicht, ja? Tut mir leid, aber ich muss jetzt halt mal auf mich hin. Soll ich? Ach, weißt du was? Ich verzichte auf Generatoren. Komm, ich gehe da durch. Bink. Da geht auch hängst du nach. Da hängst du. Ich drehe am Rat. Du, 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 du. Ach, komm. Ich heil mich mal. Schöne hängst du am Haken. Was? Was? Das ist ja auch noch hier zugreng. Die Maus und Tastatur. Also mit. Hi. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ach, nicht dein Ernst. Nicht dein fucking Ernst, oder? Mann, jetzt hänge ich am Haken und ich bin tot, weil ich es zum zweiten Mal am Haken hänge. Du bist entkommen. Aber ich wurde getötet. Ganz super. Ich hoffe mal, es ist nicht zu laut oder so. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, oder? Dann drehe ich mich ein bisschen auf. Weißt du was? Demnächst. Demnächst wird wieder ein Stream stattfinden. Die Folge war ein bisschen kürzer. War nur, ich schätze mal, in der Rohdatei so 10 Minuten circa. Diesmal nicht 20 Minuten wie normal Dead by Daylight, sondern diesmal nehme ich nur, keine Ahnung, in der Rohdatei bin ich jetzt bei 14 Minuten. Und dann würde ich sagen, ich wollte ja immer zwei Runden Dead by Daylight machen. Ach komm, weißt du was? Komm, weißt du was? Ich wollte das gerade die Abmoderation machen, aber nein, eben nicht. Und, ja. So, dann sehen wir uns gleich wieder im Game, weil das erspare ich euch mal ganz kurz. So, da sind wir mal wieder. Diesmal habe ich das einfach die Wartezeiten und die Lobby mal einfach mal. Fangt ja schon mal super an. Ich spawne genau neben meinen Haken. Ganz super. Ich will mal wieder gewinnen. Oder was ist gewinnen? Ich will mal endlich mal wieder einen Generator. Ach, apropos Generator. Da habe ich wirklich schon gleich meinen Einen. Nicht dein Ernst. Bitte nicht. Nein, kein Geist. Wo ist er? Wo ist er? Geist? Hallo? Hä? Bin ich jetzt blöd? Hä? Wo ist denn der Geist? Oder der Opfer heute, wo er jetzt... Hm, egal. Ich glaube, der Kunde ist genau zu mir. Oder? Ich wette, so viel Pech mussten... Habt nur ich. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wie ich die Folge nenne. Ähm. Das ist zur Zeit echt zu viel Pech. So viel Pech hab doch nur ich. Bitte, 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 bitte. Hallo? Jemand? Pflegeweise da noch? Oder? Ja, ja, ja. Was ist der andere hinter? Oh, da ist er. Oh, oh. Wie knapp. Das ist wie knapp. Nein, Ding-Dung, Ding-Dung macht der normale Witzel doch immer. Tut mir leid, ich mach schnell den Generator noch. So, ich kann's auf die Tür. Bitte, bitte, bitte. Hoffentlich ist das kein Camper. Aber so weit, so gut. Ach, komm. Bitte, bitte, bitte nicht hinter mir. Bitte nicht hinter mir. Bitte, bitte, danke. Nehme ich den Generator. Oh, fuck. Jetzt kann ich mich mit drauf. Halt, ne, mach mich hier. Nein, nicht hier. Nice. Er kommt, glaub ich, oder? Gut, er geht wieder. Mein Gott. Der Chris. Sieht man das in der Aufnahme? Ich hoffe mal nicht. Bei einer OBS hat man es zwar nicht gesehen, aber wenn ich kennen, weiß ich nicht. Danke. Natürlich ist das der Geist, oder wie sich der überhaupt nennt. Habe ich eigentlich noch nie nachgeschaut. Ding-Generator. Ja. Wollte ich jemanden retten und was ist? Der war wohl schon eher fertig. Komm, scheiß doch drauf. Den Generator machen wir nur. Das ist nicht dein Ernst. Ach, kommt nur einer. Ich schau mal am Anfang, dass das wurde der Killer. Komm, 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 komm. Was? Okay, diesmal habe ich mehr Glück. Ähm. Diesmal habe ich irgendwie mehr Glück. Ist man auch irgendwie besser drauf. Okay, da ist ein Haken, tschüss, ich bin weg. Da ist ein Haken an der Sache. Ach, da ist ein Generator. Mal schon gleich mal den. Da ist doch drauf. Ich glaube, der ist zum zweiten Mal tot. Okay, bitte. Findet ihr mich nicht, findet ihr mich nicht? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Batman. Hier findet es anders ein. Na klar, na klar, na klar. Das ist ein beschissen-Killer, ne? Das man es sich so lange braucht, um sich zu verwandeln, beziehungsweise zu Materialist-Mathematik. Ich weiß nicht, was hier gerade daitzewer ist, aber ich tu es. Nein, 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 da kriegst du mich nicht, da kriegst du mich nicht. Ach, da haben wir wieder. Ist echt so dumm? Ernsthaft? Lol. Niemand sieht das nicht mehr. Früher hat man das, glaube ich, gesehen, wenn einer geschlagen wird, hat man das gesehen, wo der Killer praktisch ist. Ist irgendwie praktisch, aber jetzt. Oder kann das sein, dass ich damals einen Perk hatte. Das kann natürlich auch sein. Nein! Was? Habe jetzt nicht aufgepasst. Klöten. Oh, sehe ich ja jetzt. Ich wollte jetzt gerade die retten, aber nein. Bling. Ich gehe wieder zu dem Generator hin. Du vertreibst mich da nicht. Da ist er. Da ist er. Ich rein, das ist einfach rein. Nein, ich rein, ich hier. Sie machen hier selbst das Generator. Kiste. Hallo? Natürlich richtig rum. Nicht schon wieder. Na, komm. Mein Gott, was spielt denn der Chris alles? CSGO. Ich weiß nicht, ob man es sehen konnte, aber auf jeden Fall ist das so. Also Chris, falls du das hier siehst und du wirst es wahrscheinlich sehen. Ähm, warum spielst du das so oft? Also, Chris spielt zum Beispiel CSGO. Zwei Minuten später, Chris spielt Minecraft. Zum Beispiel. Bitte, einmal. Was? Wie? Zum ersten Mal. Och, nö. Nö. Nein. 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 Nein, sag ich. Nein, sag ich. Nein, sag ich. Nein, sag ich. Nein. Ja. Ich werde, ich werde, ich werde. Nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich renne jetzt einfach dahinter. Da wird schon jemanden aufmachen. Hoffe ich mal. Bitte. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein. Bitte, bitte, bitte. No, komm. Jetzt ist die einzige Möglichkeit zu entkommen. No, komm. Toll. Ähm. Hat sich ja, hat ja viel gebracht. Oh. Und ich bin gestorben. Tschüss. Was? Bitte, bitte rette mich. Bitte, bitte rette mich. Bitte, bitte rette mich. Bitte, bitte rette mich. Jemand. Komm. Das kann nicht wahr sein. Komm, rette mich. Ich kriegst so schnell die Leer, dass du mich kennst. Renn, 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 renn. Rennen, renn, 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 renn. Rennen. Diesmal nicht. Diesmal nicht, diesmal nicht. Rennen nicht. Rennen, corro Elon. Geh, 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 bitte, 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 bitte. Ach, komm. Ach, super. Ey, ernsthaft? Jetzt mein ich's ernst. Wenn ich was ernst meine, dann mein ich's ernst. Nein, schaff ich nicht. Och, komm. Mann, ich hab die Tür sogar für dich geöffnet. Och, Mann. Das ist aber doch nicht so. So kurz davor. Ich hätte wegrennen müssen. Ich hätte einfach wegrennen müssen. Aber nein, was hab ich gemacht? Zuppi, ganz zuppi. Yay. Verdient die Blutspunkte, immerhin. Und wenigstens weit. Bester. Yay. Alter, das war jetzt was. Null. Fertig. Und auf Wiedersehen. Alter. Boah. Ich glaub, das war's für diese Folge. Wie gesagt, bisschen kürzer. Oder kürzer? Ich weiß das nicht. Ich muss mal schauen, wie ich schneide. Aber das war's diesmal. Fast. Fast in common. Fast. Es kann aber nur mir passieren, dass ich sowas. Egal. Ja. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Und dann sag ich ciao mit V. Und ich bin raus.